Herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Folge. Wir spielen jetzt in 3 vs. 3 Schneefrei, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was wir hier spielen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, der Boden wurde ja jetzt gerade ganz interessant. Okay. Also wird es immer sowas sein und wenn er immer wieder aufkommt. Oh. Wow. Und wer als erster den Boden bestimmt voll hat, hat denn, ähm, wir wollen. Nein. Nein. Okay, ich verstehe es bloß noch nicht, Jan. So. Irgendwie komme ich auch gar nicht irgendwie zum Ball. Oah, 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 oah. Boah, was? Ja, Plan war eigentlich gewesen, das war ein 4 vs. 4 spielen, aber irgendwie... Ach sooo. Okay, hat er verstanden jetzt. Wow. Der Boost lädt sich auch automatisch auf. Ah, ha, ha, ha. Wir müssen nicht fliegen, noch ein bisschen lernen. Wow. Aber das hier ein YouTube-Zeichen, wenn er bei denen ist. Aber bitte nicht wundern, wie ich hier spiele, das ist... Die Modus kenne ich noch überhaupt gar nicht, und... Okay, da hinten können wir jetzt, äh, ein Tor schießen, kann man hier rüberfahren? Ja. Wow. Okay, ist schon irgendwie fetzig. Nein. Nein. Okay, da sind wir das erste Mal explodiert. Wow, okay. Tor. Ist das jetzt, äh, gut für uns, oder ist das jetzt schlecht für uns? Die schießen... Oh mein Gott. Also wir... Ach, Mann, ey. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen in eine blaue. Wir müssen eine blaue kaputt machen, und die müssen jetzt nochmal machen. Die liegen jetzt zwei Punkte in Führung. Ich habe das Feuer, ja, ey. Entschuldigt, ich bin hier ja zu fährig. Aber ich glaube, für den Modus müssen wir noch ein bisschen trainieren. Und rüber damit, nein! Ja, okay. Jawohl. Boah. Wow. Nein! 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 Oh, Mann! Nein! Okay, Leute, also... Das wird, glaube ich, ähm... Bei der Runde bleiben. wir spielen etwas anderes erstmal dafür muss man selbst mit dem funk weil das echt deprimierend kann das noch nicht so das spiel und er also mal als gucken hier wir gucken uns das mal zusammen an machen wir ja sowieso die ganzen spiele aber können wir jetzt hier auch mal ein bitte schiebt das ding jetzt drüber da los gibt es nicht nein das gibt nichts wie ihr sagt du hast es jetzt sprechen leicht nervig Ich versuche jetzt auch mittlerweile so versuchen, fliegen zu lernen Mann, ey Wahnsinn Ja, komm, noch ein Tor Ja, ja, natürlich Boah, ey Das war nicht so toll Okay, wir hauen rein Ähm, wir gehen raus aus dem Raum Gucken wir uns nochmal gemeinsam das Menü an Spielen So, und Dann machen wir mal Dann machen wir mal Fakes 4 vs. 4 Sollte er möglich sein, oder? Und dabei können wir uns mal ein bisschen umgucken Garage Auto anpassen Den mag ich Ja, ich glaube, ich habe immer gerne gespielt Haben wir schon ein paar Reifchen hier frei Oh, ein bisschen konfetti Wie als Ja Du 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 Mag die Musik immer sehr Oh, war noch eine Fertie Aber okay, es geht los 4 vs. 4 Chaos Mitternacht Oh man Backward Park Oha 4 vs. 4 Oh oh Bleiben wir erst mal kurz Wir gucken da nicht hin Angst So Ach was Wo ich Also wo ich es mir geholt habe Da habe ich es ja ziemlich lange gespielt Da war ich ziemlich gut eigentlich schon mittlerweile Und dann hast du wieder ein halbes Jahr Nicht angefasst Und Musst erst mal wieder gucken Ja Da hat er mir eh nämlich einfach zurückgeschmissen Finde ich nicht okay Oh man Na ja nicht so schlimm Man muss ja Kommt man schon irgendwie klar mit was Ja Alle Zeiten auf der Welt um nicht drum zu reisen Na Bruder Oh das wäre jetzt gewesen Ich wollte ja nicht bloß schnell den Boost holen Die spielen verdammt gut Und ich Bin hier so voll der Noob Ja Ja Noob trifft es wirklich Wir müssen halt mal ein bisschen aggressiv spielen Mann ey Leute Hier wirst du rumgeschubst und so Ist ja Wahnsinn Die sammeln mir alle weg Okay Also mal im Newtonmoment abgesprungen Eindeutig Schade Da war es ja erst dran Ja Also Leute So sollte man das nicht machen Ja Das bleibt ja noch mal Genau Das ist ja Das ist ja Genau Ich habe ja Undye êter Das ist ja Das ist ja Tü Oh ok okay wir sind jetzt team blau man nicht immer eine einheitliche farbe bekommt meine findet auch gut so bei blau mag ich mehr wie was denn orange yes was ein geiles tor so was hatte machen das war schon mal verlieren wir mal schon mal nicht zu null woho nein 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 muss man geschehen das war echt gut okay wir werden nicht mehr umreißen und wo ich also wenn er müsste jetzt noch ein wunder geschehen aber ich bin dann nicht so der erweitung dass da noch ein wunder kommt leute das muss raus das geht ja ja nicht Leute was macht ihr denn hier oder ich auch die Orangen sind einfach besser Hauptsache erstmal weg von unserem Tor vielleicht haben wir jetzt nochmal eine Chance das war eine Vorlage aber keiner hat es umgewandelt im richtigen Moment hätte man eh nach rauf springen müssen na ey nein was was war das denn jetzt Wahnsinn hab ich auch noch nie gesehen wow neues Eis Tim Ostai limitiert ne Antenne yey ok krass ok so geläuft wir haben jetzt drei Spieler noch zwei Spieler gefunden nicht drei Leute wir kriegen das hin wir schaffen das ich glaub fest an uns wir haben jetzt zwar zwei Runden verloren jetzt hintereinander aber die heute auch mal dazu davor haben wir ja drei waren ja drei auf jeden Fall haben wir die erste Folge glaube ich ja nur gewonnen da kann man auch mal verlieren aber schön wäre es wenn man zwischendurch auch mal gewinnen aber darum geht es ja nicht doch schon also auf jeden Fall Ehrgeiz muss sein aber es macht einfach Spaß das Spiel ihr könnt es euch empfehlen unten in der Beschreibung da haue ich dann wieder sämtliche Links rein zu dem Spiel und Informationen zu dem Spiel und wenn es euch gefällt unterstützt die Entwickler und kauft euch das Spiel und spielt besser wie ich hat er gewartet er wusste genau dass der Ball dahin kommt Mann ey Leute Art 4 vs 4 ist schon macht echt Spaß irgendwie und Rinder Ding ach da sind wir wir ich bin ja orange ich bin ja orange seht ihr meine ich komme hier immer durcheinander ich komme hier immer durcheinander mit den Farben wechseln jede Runde das ist echt muss ich mir einhämmern ich muss mir das echt einhämmern weg hier zeig mir weggedrückt scheiße das hätte ich nicht machen sollen äh das war falsch ich dachte da liegt sorry was was ey leute ich habe gerade ich habe gerade den controller an meinen hetzer die halten wir holen uns hier mal schnell den boost hier hinten zack und jetzt sind wir voll dabei jetzt würde ich sagen jetzt machen wir jetzt machen wir so fertig wir haben jetzt die letzte runde verloren das kann nicht sein okay das kann doch sein wir sind einfach nicht so gut oder ich bin nicht so gut meiner Teamkollegen ich bin ja weiß ich nicht ich habe jetzt noch nicht so nein aber dafür erst mal alle weggeräumt dass keiner hinterher kam und jetzt rinne der ding jetzt rinne rinne rhein rhein ja ich muss mir angewöhnen wo die guter schuss so verlieren wir mal schon mal nicht zu null ich brauche boost nach hinten ist schon mehr kein boost mehr auch kein boost mehr sag doch mal oh no sehr gut naja man braucht ein paar runden um wieder hier die ganze Spielmechanik also nichts zu verstehen aber wieder drauf zu haben wenn man die ganze zeit irgendeinen anderen Kram gespielt hat ähm wie gesagt da gibt es schon eine Ewigkeit auf der Festplatte aber noch nicht weiter angefasst wow oh ich dachte der hier drin ich hatte keinen boost mehr ich brauche boost da drüben liegt boost schnell einsammeln zack jetzt haben wir wieder ein bisschen boost ja 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 dachte ich kriegen ja nicht rein scheiß gut geile ding geile ding freut mich so los jetzt okay wow wow was für eine Wendung nein wow nein wow wow ja ja rein das Ding rein yes wuuhh wuuhh gg war ein bisschen früh ich will sauer aber gut immer jetzt muss man bloß noch sechs sekunden im block halten oh man oh man lasst ihn auf den Mond komm lass ihn auf den Mond komm scheiß drauf lasst ihn aaaah ja man geil schöner Ding Leute ich bedanke mich kurz zu gucken wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin haut rein